Äh, äh, hallo. Hallöchen, Pupöchen! Hallo Leute! Äh, spontane, spontane Entspannung machen. Ich bin Jungle?! Wow. Äh, Support, Toplane, hab ich genauer mit Jungle, glaub ich. Ich hab doch Support genommen, oder? Äh, spontane, spontane Entspannung machen. So, oder? Here we go. Äh. Smite. Smite ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Ja, wir spielen Nunu, wir spielen sehr konzentriert. Wie gesagt, das ist Rank. Ich hab ja gestern bemerkt, wenn ich im Rank bin und einfach meine Schnauze halt und einfach nur gut spiele, dass ich denn voll gut bin. What are you doing?! Das Gerülpsel, ey! Uuuh 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 Komm oder die F*** setz sie los Ja, das ist weltweit Das ist weltweit ganz cool Oh, ne man die Tibbe aus So, das Problem ist, ich würde gegen ihn kämpfen. Ich würde halt volle Hütte gegen ihn kämpfen, wenn Tibbers nicht wäre. Wenn Tibbers jetzt nicht wäre, hätte ich halt der Momo getötet. Oh, das könnte sein Tod sein. Ja, da kann ich nicht rein. Da wäre ich gedraven. Wie er das nicht überlebt, das weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass du das nicht überlebst. Oh, das hat überhaupt nicht viel gebracht. Oh, wie schnell du bist! Ah! Was ist mit Tibbers los, Alter? Zum Glück habe ich mir die drei auf Wurz geholt. Oh, okay. Was macht er denn? So. Tschüss. Dieser Leute, bist du wegen der Schneeball? Bumm. Den Smite. Na, Junge, ich habe einfach Schneeball. Du wirst es nicht glauben, ich habe viele Befehle davon. Ich bin einfach ein Jedi, der einfach nur Schneeball hat. Das ist ein guter Volk. Los, was du denn? Bumm. Du den! Oh! 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 Alter! Oh mein Gott! Bumm. Alter, der ist beinahe echt überlebt. Oh, Junge. Oh, Junge! Ah! Ah, so viel falsch! Lol! Das war der krasseste Steady-Out-Attack, den du je gesehen hast. Nimm ich noch mal eine Ultra-Nacht. So. Wow, dieses Fass hat sich nicht gelohnt, Junge. Okay. Dann lieber Pentakill für Annie, oder? Okay. 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 Das war kein Powerplay, das war einfach bad, mein lieber Herr Velkos. Das macht keinen Spaß, ich will das Games beenden. Gewonnen. Ohren kriegt ein Ohr noch. Ohren. Ohren.